Die f-f-f-f-facken sehen jetzt alle aus. Oh, warum ist das hier? Turn to back now! Holy Death! Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich wurde gerade attackiert von einem Film. Warum? Alter, Alter, Alter! Heil dich jetzt! So spät, würde ich sagen. Jetzt hast du mich geheilt. Das geht ab, YouTube. Wir kommen zu einem neuen kleinen Mini-Projekt. Oder vielleicht längeres Projekt. Mal schauen. Ja, forewarned. Wir gehen Mumien jagen. Oder auch nicht. Ja, hunted. Er hunted. Er hunted. Ja, dabei ist unser lieber Claridros. Der Übeltäter. Der Übeltäter. Ja, wollen wir mal. Ja. Geht rein? Ja. Du... Das kann ich auch nicht hier. Ah, ist auch gut. So... Oh, gleich hier. Oh, schick blau. Das gefällt mir schon nicht. Ja, auch nicht. Hallo Mum hier. Hi. Ja. Kann ich dich jetzt schon anziehen? Das wär schön. Oh, ne Kiste. Ich bring das mal schnell hoch. Eine leere Kiste. Ja. Ja. Ich hab hier so. Teuer ist brennt nicht, ist ja langweilig. Ja, hier neben wir, äh, bloß nicht. Warte ich nicht vor. Ich hab auf jeden Fall schon mal den ersten Affenkollung da gefunden. Oh, ich bin wieder bei dir. Ja. So. Ja, die müssten wir eigentlich wirklich positioniert vor dich mit einem Portal, was uns dann beschützt. Ja. Ja. Ja, hier ist auch eins. Ja, hier ist ja alles. Toll, meine Kerze. Okay. Ja, erloschende Flammen. Erster Geweis. da war war es hinter dir ja, ja, Decker ist ist ja richtig vergedreht gold, 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 gold nein, gold das ist wie er hier so vergedreht es ist dann irgendwie unheimlich ja, es klang ungesund das klang wirklich ungesund da lang fuck it, sieht jetzt alle aus oh, warum ist das hier? turn to back now, only that oh, hast du das gerade gesehen? ja, hab ich das ist das ein Hinweis? da hing einer von uns wo sind denn hier unsere Frauen, wenn wir uns brauchen? ich trau mich nicht weiter oh, was ist das denn? fuck ich habe keine schritte gehört und ist dann mit rein oder nicht Oh 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 Ich bin ganz ehrlich, ich hab ein bisschen Angst hier runter zu fallen Au Ich heil mich auch erstmal Oh nein, du, siehst du auch, wie sie draußen sind Au Huh Was ist passiert mit... was... Was war das? Keiner Du bist am Kurum Hilfe Äh Äh Du bist einfach mal geflogen Geh weg, Geist Weg Das war... Was... Was... Das... Hä Hä Oh mein Gott, ey Halleluja Ja Hier geht's wirklich gut ab Au Ich glaube, wir müssen hier rechts wieder rein Oh Hm Jetzt hab ich ihn nicht hören Ach, hier ist immer zu strecken, das muss man wohl nicht können Hm Okay Okay Ja Das ist noch etwas ausgehen, oder? Ja Hier Ausgehen ist nicht Ja, ich bin... Hier geht's noch weiter ab Ja, hier waren wir noch nicht Oh Oh, wieder kein Ja Ja, schön Aber jetzt... Ach, das ist das Portal... Äh, das ist die Kamera Naja, das ist die Kamera, richtig Ich war's nicht Ich war's nicht Ja, definitiv über Zerstörung, Halleluja Ich hab grad den blöden Geilerzähler Was Ich glaub, hier waren wir... Das ist noch ein geilerzähler, oder nicht? Was war das? Was war das bei dir? Hallo Ja Was war das? Geist Jo Jo Eindeutig noch nicht Oh Das nehm ich mit Ähm... Jo Definitiv Zerstörung, ja Da liegt noch was Aber die bringen wir eben nach oben, ne? Ja Mal schnell hier raus, ihr Lieben So So Wo ist denn das Ablageding dafür? Da Jo, ist platziert Ah, jetzt verstehe ich das hier auch Naja, da sind wir auch noch nicht gewesen Wo du langläufst, sind wir noch nicht gewesen Und kriegen über auch noch nicht Was meinste? Jetzt verstehe ich die Karte Jetzt sehe ich auch, wo wir schon noch nicht waren Ja Genau, und unten siehst du ja auch noch die Prozente und so Ja Ja Äh, sie waren jetzt schon dabei Wir brauchen jetzt nur die... Ja 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 Das Quatschgerät hier mit Kannst du sprechen? Sacrifice Da haben wir es Das war eine klare und deutliche Antwort Ja Vokalantwort Neckriff, der ist Schädung Und wenn du jetzt nicht auf Forschung gehst, kannst du nämlich Neckriff anwählen Und dann steht da, was der alles kann Ah, okay Und der ist es, ja? Ja Und woher weißt du das? Weil wir genug Gemeister haben Ah, wir haben... Und Vokalantwort Richtig genau Wenn du jetzt rechts auf diese Rauf- und Runterfeile gehst, zeigt er dir keinen anderen Namen Also kann es nur der sein Aber wir müssen da gucken, wo der blaue Hebel ist, ne? Finden wir den vorher schon? Äh, ich glaube, der wird erst dann freigeben Ja, okay Dann müssen wir... Oh, wenn ich mal so klare Antworten kriegen würde bei Phasmophobia Ich nehme trotzdem noch die Fackel mit Ich nehme die Tasche noch mal aus Ich habe mir auch, ey, ich habe jetzt auch raus Mal gucken, dass du eine Fackel hast Wieso? Ich wurde gerade attackiert Ja Alt, alt, alt Heil dich jetzt Zu spät Jetzt hast du mich geheilt Naja, okay Naja, okay Naja, okay Naja, okay Ich wollte gerade von einem Ja, der geht also Stell das Portal Das ist das Torf, ich glaube, das war hier Der war auch hier Lass mich das mal gleich aktivieren Ja Au So, was war das noch mal? Mal gucken, welches Äh, Nekroft War es doch, glaube ich, ne? Warte ich, guck nochmal Nekroft Das Tee und Menigee Genau L Ja, der steht Jetzt das gleiche Was er kann Und was er nicht kann Ja Erstmal looten Erstmal looten Oh, ich habe noch nichts Gut Ja, der gleiche Kartenreißen Mit meiner Fackel tauschen Startklar Ja Warte, warte Warte Wir sehen nur irgendwie Hilfe Ich sehe nichts Ich sehe gar nichts mehr Ich sehe gar nichts Warte Äh, der ist komplett dunkel Wo bist du? Ich sehe ja nichts Alter, wie viel Spinnen Ah, jetzt habe ich Nachts Sicht Achtung, Spinn Au Äh, äh, äh Hast du das gesehen? Was? Ja Wo ist der blau Hebel? Wo ist der blau Hebel? Immer hier rein Wollen wir hier schon? Hier ist ein Hebel Ich weiß noch nicht Der ist blau Ich habe ihn Hab ihn Hab ihn Wo bist du? Hilfe Das ist schon wieder so ein Quasimodo Ja, komm, lass uns raus Irgendwie Wo ist der aus? Ich sehe so viel Äh, hier Hier lang Hier lang Hier lang Stimmt, hier lang Ich glaube, jetzt gerade raus Ja, gerade durch Ja, ja Ja, safe Mach mal sowas von safe Jetzt noch zum Auto bringen Hoffentlich ein Foto machen müssen Ja, ja Ich kann da jetzt nicht mehr rein Abfahrt, ne? Egal, ich kann das aber wieder ausnehmen Muss ich gar nicht So Abfahrt Zu mit der Haube Das war Spannend und erfolgreich Ja, auf jeden Fall Und irgendwann kriegen wir es auch hin Die, die, die Da Das wird wahr Ja, ja, ja Oh Mensch, was hier wieder liegt Und Das sehe ich Perfekt Tja, ihr Lieben Und ich würde sagen Damit war es eine erfolgreiche Folge Auf jeden Fall Ja, und wir sehen uns dann In der nächsten wieder Bis dahin Tschüdelü Tschü Tschüdelü Tschüdelü Tschüdelü